Hi, wir sind's wieder, Matze und Jasmin von den Hauptstadtfeaturen und meine Haare sind nur halb da. Aber wir sind da und noch jemand anders, nämlich unser nächster Spieler und das ist Lukas Meurer. Hi Lukas! Hallöchen, ich freue mich. Wie geht's dir? Ja, alles bestens. Corona mehr ein bisschen, aber es gibt auch irgendwann bessere Zeiten, deswegen alles gut. Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause im Büro bei uns. Du hast ein schönes Bild im Hintergrund. Ist das ein selbstgemachtes Bild? Nee, das ist einfach irgendwie ein Bild vom Meer. Aber wir haben hier nebenan auch noch so ein Gästebett. Und das ist mal schön, wenn man dann aufwacht, sieht man direkt das Meer und hat vielleicht gute Gefühle. Er kümmert sich um andere. Wie schön. Hoffentlich aber auch um sich selbst. Bist du fit? Ja, nicht in Topform. Ist natürlich auch schwer derzeit, weil man eben nur alles mit eigenem Körpergewicht machen kann. Aber ich versuche mich, so gut es geht fit zu halten. Am Ball zu bleiben ist ein bisschen schwer. Aber ich spiele ab und zu mit Julia. Einfach mal am Ball hin und her. Da geht das schon. Cool. Wie viele Burpees könntest du jetzt am Stück machen? Muss ich dir zeigen? Auf jeden Fall. Boah, ich schätze 50 vielleicht. 50! Und wenn du sie wirklich zeigen müsstest, wie viel könntest du dann? Zehn. Du hattest gerade schon gesagt, du warst in letzter Zeit nicht so oft am Ball. Wann denn das letzte Mal? Also richtig im Sand mit Beachvolleyball war ich im September. Dann bis November noch ein Volleyball, bis das dann abgesagt wurde. Und ja, dazwischen relativ wenig. Thema Wechsel. Wofür bist du bei deinen Freunden beliebt? Das sind so viele Dinge, da muss ich jetzt erstmal... Nee, ich denke, dass ich immer ehrlich zu denen bin. Auch wenn mal was vielleicht nicht so passt. Das ist, glaube ich, wichtig unter Freunden. Und genau, sonst bin ich immer hilfsbereit. Ich hoffe lustig. Es ist natürlich immer schwer, das selbst zu beurteilen. Aber genau, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Wofür bist du bei deinen Gegnern gefürchtet? Ich denke, dass ich relativ schnell in der Abwehr bin. Und deswegen man erstmal einen Shot unterbringen muss. Gerade, wenn man auch einen großen Blocker hat. Deswegen würde ich schon sagen, Abwehr. Welche Beachvolleyball-Technik beschreibt deinen Charakter am besten? Mein Charakter? Flink vielleicht. Das ist zwar keine Technik, aber irgendwie schon so ein Beachvolleyball-Skill. Ja. Vielleicht flink. Schoko oder Vanille? Schoko. Kaffee oder Tee? Beides gut, aber Kaffee. Als gebürtiger Thüringer lieber Thüringer Klöße oder Würstchen? Die Bratwürste sind dann doch normal, besonders. Du bist Beachvolleyballer und Homepage-Entwickler. Bist du Nerd oder Sunnyboy? Sunnyboy würde ich sagen. Der Sunnyboy unter den Nerds. Sunny Nerd. Von wem war deine letzte WhatsApp? Ich glaube, von meinem Chef, weil ich ja heute gearbeitet habe. Magst du vorlesen? Ich gucke erst mal, ob ich sie vorlesen mag. Ich halte die Option im Hinterkopf. Gerade muss ich mich leider um die Miets kümmern. Okay. Das offenbart nicht so viel. Das ist in Ordnung. Das kann man erzählen. Du bist vor kurzem Hundepapa geworden von Kiwi. Sehr, sehr süßes, kleines Hundemädchen. Wie guckt Kiwi, wenn sie was zu essen möchte? Ja, das ist der typische Hundeblick. Von unten nach oben. Die Augen werden ganz groß. Meistens springt sie noch irgendwie an dir hoch, um nochmal mehr zu betteln. Aber da kann man schwer Nein sagen. Zeig mal. Boah, das ist schwer, wie so. Komm nicht ran, aber versuchen kann man. Danke, Lukas. Sehr gerne.